Yo Leute, was geht ab? Franz Fuchs ist wieder hier. Heute ist Nikolaus und ich wollte unbedingt meine Nikolausgeschenke zeigen. Also beende ich meinen Monolog und let's go! So, gehen wir jetzt mal auf Geschenkesuche. Bop, 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 bop. Ah, wer hat sich da versteckt? Nehmen mal ein Bärchen angekuschelt, was? Schlau ausgedacht, E.T. Das ist schon mal mein erstes Geschenk. E.T. nach Hause telefonieren. So, was könnte mein zweites Geschenk sein? Ah, Dev 7 in Hauptrollen. Joey Verton von NSYNC und Nick Carter und AJ McClendon von den Backstreet Boys. Everybody rock your body right. Backstreet's back, alright. So, was haben wir denn hier noch alles? Oh, hier ein Bild, eine Pflanze und... Oh, Lindt Schokokugeln. Oh, auch eine kostbare Spezialität. Jetzt gehe ich mal hier in den Schlafzimmer. Und... Was haben wir denn da? Cool Ass Eis mit Vanilla Eis in der Hauptrolle. Das kann doch nicht wahr sein. In der Weihnachtslotterie habe ich viermal 50 Cent gewonnen. Dabei sind wir erst am sechsten Tag. Wie ist das möglich? Ach ja, ich bin auf der Gewinnerseite, Baby. So, das war's auch wieder mit Comedy Power 50. Ich weiß nicht, wie euer Nikolaus wird, aber mein Nikolaus wird geil. Oh ja, das sind schon echte Prachtstücke, wenn ich das mal sagen darf.